Hallo meine Lieben, zuerst möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für eure Anrufe und Mitteilungen, worin ihr mir mitteilt, wie sehr euch meine Berichte in den Videos gefallen. Vielen herzlichen Dank dafür und bitte lasst mich auch weiter wissen, wie die nächsten Videos euch gefallen. So, heute ziehe ich eine weitere Engelkarte für euch. Mal sehen, welcher Engel sich präsentiert. Dazu wieder die schönen Karten, ihr wisst das schon. Ich mische sie wieder. So, ihr wisst ja, die sind sehr groß. Ist nicht so einfach. Okay. So, wir fächern sie aus, wie immer. Und jetzt konzentriere ich mich. Die geistige Welt leitet mich. Welcher Engel präsentiert sich heute? Diese. Diese Karte soll es sein. Okay. Die legen wir erstmal dahin. Diese können weg, wie immer. Dann wollen wir mal schauen. Okay. Sehr schön. Wir legen sie weg. Noch sage ich nicht, um was es sich dreht. Wir nehmen wieder unser schönes Buch. Ihr kennt das schon. So. Und jetzt geht's los. Ich habe für euch heute eine wunderbare Engelkarte gezogen. Es ist der Engel der Gnade. Die Affirmation zu diesem Engel ist, er lehrt mich, in Gnade zu leben und zu existieren. Der Engel der Gnade öffnet meine Seele und meinen Geist für die Gnade, die ich durch ihn empfange. Er lässt sie mich fühlen und ich nehme die Gnade wahr und empfange sie. Der Engel der Gnade sagt dir, du musst die Tiefe der Gnade in deinem Leben herein und zulassen. Wenn du dich mit meiner Energiequelle verbindest, erhältst du die Wurzel der Gnade, die ungehinderte Gnade. Es ist deine Aufgabe, diese Gnade zuzulassen und zu leben. Hier ist die Botschaft vom Engel der Gnade. Ich will, dass die Energiequelle der Gnade mit dir eins ist. Um energetisch wachsen zu können, brauchst du die Gnade. Atme tief dreimal ein und wieder aus. Werde mit jedem Atemzug offener für die gnadenvolle Energie des Engels der Gnade, die dich umhüllen wird. Der Engelrat ist, schau auf die Gnade und lasse sie in deinem Leben walten. Du kannst es lernen, denn dann wird dein Leben auch gnadenvoll erfüllt sein. Bis zur nächsten Ziehung an der Engelkarte. Herzlichst, eure Derea.